Seit Mitte März marschieren die Aktienmärkte nach oben. Sie korrigieren den vorherigen Corona-Crash und die Frage stellt sich, wie geht es weiter? Ist das Ganze eine Bullenfalle oder ist das Ganze ein Bullenmarkt? Darüber möchte ich heute in diesem Video reflektieren. Zunächst aber wie immer der Disclaimer. Ihr wisst, dass der Inhalt dieses Videos ausschließlich der Information und der Unterhaltung dient und dass ich hier keine Empfehlung im Sinne des Wettpapierhandelsgesetzes gebe, sondern nur meine eigenen Gedanken und Erkenntnisse dokumentiere und reflektiere und hiermit auch niemanden in irgendeiner Form beeinflussen oder zu einer Handlung motivieren möchte. Alle Zuschauer sind ausdrücklich aufgefordert, sich zu den Inhalten ihre eigene Meinung zu bilden und sich fachkundig und unabhängig beraten zu lassen, bevor sie ihre Anlageentscheidungen treffen. Wie eine Formulierung aus einem von mir sehr geschätzten Newsletter oder Börsenbrief es an diesem Wochenende ausgedrückt hat. Ja, ich glaube wir stehen an einer Entscheidung, kurzfristig wird sich entscheiden, ob es eben weiter nach oben geht, das heißt Bullenmarkt oder ob wir in den Ende Februar begonnenen Abwärtstrend uns wieder reinbewegen, das heißt Bullenfalle. Warum glaube ich das? Schauen wir uns das Ganze einmal schadtechnisch an. Ich nutze dazu das System, das ja aus einem meiner letzten Videos bereits bekannt ist, und zwar das System der gleitenden Durchschnitte für 50, 100 und 200 Tage und zwar im DAX. Wir können hier sehen, dass der DAX genau an seiner 100-Tage-Durchschnittslinie notiert. Diese Linie, die stellt eigentlich schon einen sehr gewichtigen Widerstand dar und muss auf dem Weg nach oben erst einmal geknackt werden. Wir sind jetzt hier wunderbar an diese Linie herangelaufen und wir werden sehen, wie es weitergeht. Allerdings wartet gleich nur 4 oder 5 Prozent höher gleich die nächste wichtige Linie, nämlich die 200-Tage-Durchschnittslinie. Und die bedeutet einen noch gewichtigeren Widerstand als die 100-Tage-Linie. Das heißt, im Abstand von nur 4 oder 5 Prozent existieren hier zwei sehr wichtige und viel beachtete Signale und ich kann mir wirklich nur sehr schwer vorstellen, dass die einfach so nach oben aus dem Weg geräumt werden können. Ein weiterer Indikator, der für mich für einen eher kurzfristigen Rückgang im DAX sprechen könnte, ist die Tatsache, dass wir seit dem Tiefpunkt Mitte März inzwischen schon etwas mehr als 60 Prozent des vorherigen Rückgangs wieder korrigiert haben. Und typischerweise sollte die Korrekturbewegung bei circa 50 Prozent eine Verlangsamung der Dynamik zeigen oder vielleicht sogar enden. Und auch das zeigt mir, dass wir auf dem derzeitigen Kursniveau durchaus das Ende der Korrektur seit Mitte März sehen könnten. Ich würde deshalb kurzfristig einmal davon ausgehen, dass der DAX erst einmal einen Rückwärtsgang einlegt und zumindest etwas Anlauf benötigt, um in den Bereich der 100- und 200-Tage-Linie zu überwinden. Und dazu sollte er vorher nochmal in den Bereich der grünen 50-Tage-Linie zurückkommen. Und das heißt, den Bereich von circa 10.300 bis 10.500 Punkten im DAX noch einmal testen. Und spätestens dann wird sich zeigen, ob die Entwicklung, die wir hier seit Mitte März gesehen haben, eine Bullenfalle ist oder ob sie einen neuen Bullenmarkt bedeutet. Denn spätestens dann werden wir sehen, ob der DAX aus heutiger Sicht unter den Unterstützungsbereich der 50-Tage-Linie von 10.300 bis 10.500 Punkten fällt. Das würde Bullenfalle bedeuten. Oder ob der DAX über die Widerstände der 100-Tage- und der 200-Tage-Linie im Bereich von 11.600 bis 12.000 Punkten steigen wird. Und das würde dann Bullenmarkt bedeuten. Schadtechnisch liegen da also einige spannende Tage und Wochen vor uns. Kommen wir aber auch zu einem anderen Aspekt, nämlich die fundamental-analytische Sicht der Märkte. Und ich würde mir jetzt nicht zutrauen, eine volkswirtschaftliche Analyse über den Zustand der deutschen Volkswirtschaft vornehmen zu können. Aber ich glaube schon, dass die Maßnahmen und die Ereignisse, also der Lockdown, den wir in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen haben, merkliche Spuren in der Widerstandsfähigkeit oder in der Gesundheit der deutschen Unternehmen, dass die sich dort wiederfinden werden. Und ob das wirklich so ist, das werden wir dann spätestens ab Anfang Juli sehen, wenn nämlich nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit die Berichtssaison beginnt und die Unternehmen über Bilanzen vorlegen und über den Verlauf ihres zweiten Quartales berichten. Spätestens dann werden wir sehen, inwiefern diese ganzen Maßnahmen und die ganzen Effekte, die die Unternehmen betroffen haben. Weil die Berichte, die dann veröffentlicht werden, das sind die vom zweiten Quartal. Und das zweite Quartal war ja schon vollumfänglich innerhalb des Corona-Lockdowns. Und dann werden wir sehen, welche Spuren diese Maßnahmen bei den Unternehmen hinterlassen haben. Und um ganz ehrlich zu sein, wenn ich mir das einfach mal auf Einzelunternehmensebene anschaue, bin ich nicht so hyperoptimistisch dafür, dass diese Entwicklung kurzfristig und erst recht nicht mittelfristig an den Unternehmen vorbeigehen wird. Aber das werden wir erst später sehen. Brisant wird das Ganze, dass dann eben die eher schadtechnisch-kritische Situation, in der wir uns derzeit befinden, auch mit einer fundamental-analytisch-vielleicht-kritischen Situation zusammentreffen könnten. Und dass dann eben die eine oder andere Bewegung, je nachdem wie es ausgeht, die eine oder andere Bewegung eben beschleunigt werden könnte. Gucken wir uns einmal an, wie es eigentlich im Wikifolio aussieht. Oder wie ich mich in der derzeitigen Situation eigentlich positioniere. Ich halte derzeit neun Aktien. Die sind erfreulicherweise alle im Plus. Und das macht eine Aktienquote von 33%. Und mit Übersteigen der 100-Tage-Linie im DAX könnte die Aktienquote aufgrund des Systemen der flexiblen Aktienquote ja weiter ausgebaut werden, bis auf 66%. Das hatte ich ja in einem meiner vorherigen Videos schon mal berichtet, als ich über die flexible Aktienquote gesprochen habe. Ehrlicherweise sehe ich aber einen solchen Ausbau der Aktienquote im Wikifolio kurzfristig nicht, jedenfalls nicht in wesentlichem Ausmaß. Trotzdem könnte ich mir unabhängig davon vorstellen, punktuell auch in der kommenden Woche die eine oder andere Position weiter auszubauen, wenn die jeweiligen charttechnischen Signale auf Ebene der Einzelaktien erfüllt werden. Und da sind die Kandidaten, die ich insbesondere sehe, Nvidia und Enphase. Ich habe aber auch noch einige Kandidaten auf der unmittelbaren Watchlist für eine mögliche Aufnahme. Da sehe ich zum Beispiel AMD, JD.com oder TradeDesk. Das aber eben nur, wenn die Entwicklung auf Einzelaktien-Ebene und die Entwicklung auf Index-Ebene entsprechend meines Handelssystems mitspielt. Andererseits werde ich nämlich zur Absicherung auch wieder das Short-ETF nutzen können, also auf das Short-ETF zurückgreifen können und dort Positionen zur Absicherung aufbauen. Auch zum Short-ETF habe ich bereits ein Video gemacht und da meine Strategie ja bereits genauer erklärt. Da der DAX ja heute knapp über der 100-Tage-Linie notiert, werde ich sukzessive den Aufbau des Short-ETFs beginnen, sobald der DAX wieder unter der 100-Tage-Linie schließt. Und das könnte bereits morgen der Fall sein. Unter Umständen würde ich dann eben auch einige Gewinne von den derzeitigen Positionen im Wikifolio mitnehmen und bestimmte Positionen reduzieren. Soweit also zu meiner heutigen Ausrichtung, zu meiner heutigen Sichtweise über das, was in den kommenden Tagen und Wochen aus meiner Sicht passieren könnte. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir euer Feedback wieder gebt. Denkt dran, diese Community oder dieser Kanal ist ja im Endeffekt zum Bauen einer Community, wo wir uns gemeinsam unsere Meinung sagen, wo wir uns gemeinsam unterstützen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das wieder, wie in den vergangenen Videos, unter diesem Video auch machen könntet. Im nächsten Video werde ich auf jeden Fall einmal einen der Werte, die ihr eben im Wikifolio gesehen habt, mal aus einer fundamental-analytischen Perspektive genauer betrachten. Darüber hinaus würde mich interessieren, was euch ansonsten interessieren würde. Welche Videos möchtet ihr gerne sehen? Gebt mir da einfach ein Feedback. Und hier habe ich euch jetzt noch einmal die beiden im heutigen Video angesprochenen vorherigen Beiträge zur flexiblen Aktienquote und zum Short ETF verlinkt. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Viel Glück, viel Erfolg. Alles Gute. Bis bald. Euer Stefan. Euer Stefan. Euer Stefan.